Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Phineas Kinder TV. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Heute gibt es ein neues Lied von mir, endlich, und zwar das Lied Pitch Patsch Pinguin. Das singen wir momentan sehr oft bei uns im Kindergarten. Passt zu dieser eisigen Jahreszeit. Ich wünsche euch viel Spaß. Ein kleiner Pinguin steht einsam auf dem Eis. Pitch Patsch Pinguin erwartet schon im Kreis. Pitch Patsch Pinguin erwartet schon im Kreis. Und der Nordwind weht übers kalte Meer. Pitch Patsch Pinguin erfiert er aber sehr. Pitch Patsch Pinguin erfiert er aber sehr. Und er sucht sich einen anderen Pinguin. Pitch Patsch Pinguin, sie kitzeln sich am Kinn. 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 euch verpumptender, das muss ein Eisbär sein und sie dunkeln sich und machen sich ganz klein und sie dunkeln sich und machen sich ganz klein und der Eisbär-Tapp schon heran, oh Schreck Pits, Pats, Pinguin, sie laufen alle weg Pits, Pats, Pinguin, sie laufen alle weg Ich glaube, die Pinguine sind in Sicherheit mal gut, dass sie sich nicht so oft treffen, die Eisbär und die Pinguine die wohnen ja nicht so ganz beieinander Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Lied und schaut euch gerne auch die anderen Lieder an, die ich bereits auf meinem Kanal habe Wir sehen uns bald wieder, bis dann, eure Finja